Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute Tarkov News für euch. Für alle von euch, die Tarkov kennen, werden das richtig geile News sein. Und für die, die es gar nicht kennen, fangt Tarkov an. Es ist ein geiles Game. Es macht euch fertig und es macht Spaß. Anders als die COD-Entwickler, die auf Beinohren und Beinohren taub sind und die einfach auf alles scheißen, was Veteranen von Call of Duty und Casual Gamer und Streamer und sonst was sagen, ist Battlestate Games aktuell dabei, viele Quality-of-Life-Changes in Tarkov reinzubringen. Unter anderem ist jetzt der Kampf angesagt gegen all die Gottverdammten Cheater und Real-Money-Seller und, und, und. Ein Problem mit den Cheatern, was wir in jedem FPS-Game mittlerweile haben. Einzelne Games kriegen es komischerweise gut hin. Nehmen wir mal Counter-Strike oder Fortnite. Da sind die Anti-Cheat-Systeme und die Regularien richtig gut, muss man sagen. Das heißt, wenig Cheater-Problematik. Und dann hat man so Games wie Battlefield, Call of Duty, Tarkov, wo das einfach nicht richtig funktioniert. Und es ist nervtötend und ich bin froh, dass Entwickler, in dem Fall Battlestate Games, aktiv dagegen vorgehen. In Tarkov, anders als in Call of Duty, aber noch, dass Leute Items aus dem Game in Echtgeld verkaufen, was natürlich auch nicht erlaubt ist und was Abendspielern, die einfach vielleicht verzweifelt sind, das Geld aus der Tasche zieht. Deshalb, sehr gute Infos. Meine Frage an euch erstmal vorab, bevor ihr es vorstellt. Wollt ihr, dass wir die Tarkov-Videos auf dem Zweitkanal, auf SheppiTV machen? Dann würde ich halt hier wirklich nur die COD-Sachen machen und auf dem Zweitkanal die Tarkov-Sachen. Oder wollt ihr eigentlich alles auf einem Kanal, was für euch wahrscheinlich einfacher ist? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Eine der größten Änderungen ist, wenn ihr in den Flea-Market geht. Etwas, was Gott sei Dank bald ein Ende haben wird. Und zwar Tauschgeschäfte. Aktuell ist es so, dass besonders seltene Items von Spielern nur als Barter, also als Trade, gegen ein anderes Item angeboten werden. Jetzt nehmen wir einfach mal Zucker. Zucker ist jetzt kein seltenes Item. Das kann man für 24.000 Rubel kaufen. Aber manche bieten das halt nur in einem Trade an. Zum Beispiel hier ging so eine Pistolentasche oder Pistolencase. Das Pistolencase Fountain Rate kostet, wenn ihr es überhaupt findet, würdet ihr dafür bekommen im Verkauf so 350.000 Rubel. Hier müsstet ihr also für eine Schokolade 350.000 Rubel bezahlen. Das ist natürlich Bullshit und man sieht das hier schon, komischer Name. Ich weiß nicht, ob der legit ist oder nicht. Kann ich euch aktuell nicht sagen. Das nervt. Das ist mit diesem Update jetzt vorbei. Das heißt, alle Items, genauso wie Labs-Keycards, die seltensten und besondersten Sachen im Game, die man aktuell tatsächlich nur als Barter noch tauschen kann, kann man ab sofort, und wir nehmen jetzt eine seltene, in Zukunft, seht ihr das? Man kann sie mittlerweile mit Geld bezahlen. Und aktuell sind es noch so 55 Millionen. Das wird mit der Zeit weniger werden. Hier, diese Barter, diese Trade-Angebote laufen jetzt noch aus. Das heißt, Bad State Games hat das Update heute hochgeladen. Ihr könnt nicht mehr diese Scheiß-Angebote machen. In dem Fall müsst ihr hier zwei Sachen finden. Wahrscheinlich zwei grüne Keycards oder sonst was. Das hier läuft jetzt alles nur noch aus und ab dann werdet ihr alle Items auf dem Flea kaufen können, aber nicht mehr trainen können. Dicker Daumen nach oben, das ist eine geniale Änderung. Das sorgt nämlich automatisch dafür, dass die Spieler eine viel bessere Chance haben, an diese seltenen Keykarten ranzukommen, als gegen absurde Tauschangebote, wie zum Beispiel hier. Für eine schwarze Keycard, die 15 Millionen aktuell wert ist, all diese Werte werden sich jetzt automatisch regulieren, sollt ihr eine abgeben, die 60 Millionen wert ist. Und wenn ihr das nicht wollt, kriegt ihr die Karte nicht. Das ist dumm gewesen. Damit ist jetzt vorbei. Ebenfalls vorbei, da bin ich sehr froh drüber. Es gibt Leute, die machen folgendes Angebot. Die stellen bei Ebay rein, ich verkaufe dir meine DVL-10, das ist eine Sniper. Ihr seht, die ist jetzt auch eigentlich ganz nice gemoddet alles. Da ist so alles, was man irgendwie ein bisschen braucht. Die hat einen gewissen Wert. Aber was die Leute machen, ist folgendes. Sie stellen diese Sniper online oder irgendetwas, keine Ahnung, das Messer hier, und bieten das aber nur als Trade an. So zum Beispiel, die sagen, ich biete dieses Messer an, dafür gibst du mir ein Ledex als Beispiel. Das macht natürlich keiner, das heißt, dieses Angebot wird auf dem Flea Market bleiben. Andere können dieses Angebot mit dem Ledex aber kaufen. Wenn ich sage, ich will dieses Ledex unbedingt haben, zahle ich irgendeinem Betrüger 70 Euro in realem Geld. Er stellt ein, für ein Ledex, ein Messer. Ihr nehmt das Angebot an und ihr kriegt ingame das Item, habt dafür reales Geld bezahlt, was nicht vorgesehen ist, was Betrug ist, was Cheaten ist. Damit ist jetzt mit diesem neuen Änderung auf dem Flea auch vorbei. Dazu gab es ein neues Update zum Anti-Cheat-System. Es gab wieder über 2000 Tarko-Spieler, die gebannt worden sind, weil sie Aim-Bots, Wallhacks und sonst was benutzen. Ich weiß nicht, was für eine arme Kreatur ein Mensch sein muss, um in Shootern, FPS-Games zu cheaten. Aber ich will ehrlich sein, es nervt einfach. Dazu kommt eine dicke Änderung, die mich persönlich sehr freut, weil ich sehr viel mit dem Flea Market arbeite. Wenn ihr irgendein Item nehmt, sagen wir mal das hier, alle Items haben einen Wert, einen Wert, den das Game, die Entwickler dem Item zugeschrieben haben. Das hier hat jetzt, wenn man es jetzt bei Feral Pist verkauft, sagen wir mal einen Wert von 10.000 Rubel. Wenn ihr das verkauft, dann habt ihr folgendes, eine Gebühr sozusagen. Das hier wollen wir jetzt für 19.500 verkaufen, es soll schnell verkauft werden. Das hier ist der höchste Preis aktuell, drücken wir hier drauf. Das hier ist die Gebühr dafür. Das heißt, wir zahlen eine Gebühr, die berechnet sich nach dem Unterschied zwischen dem, was ich damit erlösen werde, das sind 19.500, und dem, was das Item bei den Händlern normalerweise kostet. So, dass man eben eine kleine Beschränkung hat und nicht unendlich Gewinn machen kann. Das ist gut, dass diese Gebühr geringer gemacht wurde. Sie haben die Gebühr geringer gemacht und den Wert der Items haben sie höher gesetzt. Das setzen wir jetzt mal hier drauf, dürfen sie schnell verkaufen. Weil die Leute sich natürlich beschwert haben, dass sie für gewisse Keycards zum Beispiel, die man jetzt ja gegen Geld nur noch verkaufen kann, so hohe Gebühren bezahlt, dass es sich gar nicht lohnt, die Karten zu verkaufen. Das heißt, man sieht einfach, Battlestate Games hat sich hier Gedanken gemacht und hat auf die Community gehört, Varitas und wie sie alle heißen, haben schon lange dafür plädiert, sehr, sehr große Tarkov-Streamer, die aktiv dafür arbeiten, dass die Entwickler in die richtige Richtung gehen. Und dass die Spieler ihren Willen für gewisse Änderungen zumindest eine Chance haben, damit durchzukommen. Finde ich sehr, sehr geil. Ebenfalls Flea Market war letzte Woche schon. Ihr habt, je nachdem, welche Reputation auf dem Flea Market ihr habt, vorher zwei Slots nur gehabt. Den dritten Slot, damit ihr drei Items gleichzeitig verkaufen könnt, damit alles schneller geht, habt ihr erst bei einer Reputation von 30 bekommen. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, drei Milliarden, 300 Millionen Rubel, die man da umsetzen musste. Also extrem viel, viel zu viel. Jetzt ist es so, ab Reputation 7 bis Reputation 30 habt ihr drei Slots auf dem Flea. Für mich, der Tarkov gerade seit fünf Wochen jetzt begonnen hat, ist das großartig. Und wirklich, ich bin begeistert zu sehen, wie die Entwickler auch auf die Community hören. Ich will nicht damit sagen, dass sie alles tun, was die Spieler wünschen, aber es ist auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich, ein Game aktuell mit aller meiner Leidenschaft und Zeit zu spielen, was Support von den Entwicklern bekommt. Etwas, was mir bei Call of Duty zum Beispiel als Call of Duty-Urspieler absolut fehlt. Das heißt, richtige Entscheidungen aktuell, richtige Updates. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich hoffe, ihr als Tarkov-Spieler fühlt euch da genauso. Ich bin der Meinung, das geht hier auf jeden Fall in die richtige Richtung. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und sagt mir, wollt ihr Tarkov-Videos auf dem COD-Kanal oder auf dem 2-Kanal? Ich bin raus, haut rein.